Als nächstes Amtsdach, Start Nummer 5 und 16, Wolfgang Koppel mit Alkohol und Stärkung mit Toppingen. Viel Spaß mit den Bereithalten 66, 67, 68, 69 und 70. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Ich bin so ein Zeigler, weil ich völlig verbellig bin, ich bin ein ganzer Ereignis. Nein, wir klatschen über den Lauf. Du kannst jetzt keine Musik spielen. Du kannst klatschen. Wo sind wir jetzt dran? Ich bin der Tascha, der Tascha kommt auch schon.